Willkommen zu einer weiteren Runde YouTubers Live Aber diesmal spielen wir nicht auf dem Account des Gamers Sondern wir spielen auf dem Koch-Account Und jetzt erklären wir mal das Ja, perfekt Von Kohlegrill Perfekt Okay Nein, kann die Aufnahme abbrechen Sieh, Kindro, kommt in die Aufnahme Aber änderst nicht, wenn ich zu, dass das nächste kommt Ach, nö Ups, das war glaube ich falsch Achso, okay Du probierst das Gericht und das Koch Und das du kochst Und es schmeckt köstlich Ich umglieder mit den Utensilien Oh, okay 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 Sein Gesicht hast du Kämpfe. Jetzt gehen wir schlafen. So. So müde. Ergebnis. Warte mal. Fortsetzen. Weiß gesehen. Perfekt. Und tipptipptipptipptabtabtab. Perfekt. Nachbearbeitung. Alles rein und zuschneiden und hochladen. Und. Okay. Ich sitze sowieso im Außerhause rum. Wie Hausverbot. Hilfemeister rum. Hilfemeister. Sag mir Kalender zu. Ich muss im Kalender zusagen. Am 9. Februar. Das sage ich gleich zu. Hatte ich schon ne Augen. Kommt zu. Ja. Zusagen. Und jetzt gleich. Ticket kaufen. Ich werde. Ich werde. Ich habe gut gelernt bis jetzt. Ich werde. Ich werde. Ich habe gut gelernt bis jetzt. Ich werde. Ja. Okay. Danke. Das du mir 50 Euro dafür gibst. Okay. Gut. Ich werde mich auch in der Zeitung austragen. Okay. Dann muss Mikrowelle für hier. Okay. Aber fünf. Hat jeder ein paar Gutes. Gut. Einen Daumen nach oben. Kommentar gehabt. Ja. Vlogs. Ne Video-Kartikel reingeschaltet. Okay. Tick, tack, tick, tack. Okay. Ich habe in. Gehe jetzt dann gleich nochmal lernen. Na Moment. Geht's erst schlafen. Geht's erst schlafen. Geht's erst schlafen. Yeah. Okay. Es ist zwar der 30. Jänner schon. Aber du gehst jetzt danach gleich lernen. Jetzt. Du bist ausgeruht. Und jetzt geh lernen. Vor der Prüfung nochmal schön lernen. Den ganzen Stoff durchgehen. Sehr gut. Okay. Dann warten wir jetzt. Bis es fertig ist. Ja. Okay. Und. Okay. Es ist da 31. Yeah. Jetzt ist die Prüfung angesagt. Nein. Noch nicht so. Genau. Intro mit dem Logo. Gut. Das mache ich dann auch hier rein. Intro mit dem Logo. Ich bin hier eine Prüfung. Brauche es nicht unbedingt. So. Okay. Ich gehe ein bisschen herum. Warmlaufen. Jetzt kommt gleich die Prüfung. Noch mal die guten Kommentare durchlesen. Anfänger ist es eine gute Wahl. Danke. Super. Gut. Danke. Okay. Jetzt musst du in die Schule. Prüfung. Huch. Jetzt schreibt er die Prüfung. 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 Ich wollte. Ups. Ich habe gleich vergessen. Was ich für eine. Ich habe für eine. Ach nein. Was habe ich bitte. Was ist eine für eine Noten. Du hast eine 1. Eine fast perfekte Note. bin sehr zufrieden mit der da bekommst du kauf dir damit was schönes hallo ich komm gar nicht geh im versuch zum event bin der simon level 6 und fast 300.000 dollar oder 300 dollar und nur die Musik ist nicht und und du sagst die fröhliche Äußerung die die Batterie in der Kamera ist leer ein kurzer Kommentar ja es hat gepasst du schaltest die Kamera aus abspannen oh 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 okay dann dann gehen wir jetzt mal schnell ins Kino Pose und dann geht gleich in mein Saal gut ich setz mich immer gleich hin so hinsetzen gut ich verschwinde dann immer gleich ich gehe jetzt los okay Leute wenn euch die also stellen wir noch schnell ins Kino ab ja fortsetzen voll voll fast denn im Kino Hashtag 1 weiter so jetzt mal nacharbeiten nacharbeiten 1 2 3 4 5 wie können die das besser machen so dann lehre ich das jetzt noch hoch und Leute wenn euch die heutige Folge gefallen also wenn euch diese Folge gefallen hat dann lasst ein Like und ein Abo da und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und wir sehen uns beim nächsten Mal